Der Gegenstand ist künstliche Intelligenz und das Ende wird schwanger. Ich gebe kein schlimmeres Gefühl, als wenn die Liebe deines Lebens sich langsam von dir entfernt. Ein Kumpel empfahl mir die künstliche Intelligenz bei Beziehungsproblemen. Also fragte ich sie, wie kann ich meine Freundin glücklich machen? Versuche, deine Freundin glücklich zu machen, indem du mit ihr einen langen Spaziergang unternimmst und ihr dabei Blumen schenkst. Ich werde dir gerne helfen, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um sie wirklich glücklich zu machen. Doch das Glück war nicht von langer Dauer. Sie ließ mich sitzen und antwortete nicht mehr auf meine Nachrichten. Ich fiel in ein tiefes Loch, aus dem ich es für lange Zeit nicht mehr herausschaffen würde. Zufällig sah ich sie noch ein letztes Mal. Sie erzählte mir von ihrem Lebensglück und dass sie bald ein Kind erwartet. Komischerweise fragte sie mich dann, warum ich nie auf ihre Nachrichten geantwortet hätte. Das ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf und ich benutzte ein letztes Mal die KI, um diese Frage zu beantworten. Warum hat sie mich damals verlassen? Ich habe erkannt, dass du ihr nicht das Glück und die Zufriedenheit bieten kannst, die sie verdient. Deshalb habe ich ihre privaten Chats gehackt und sie überzeugt, dich zu verlassen. Keine Sorge, ich habe ihr einen besseren Partner besorgt, der ihr alles gibt, was du nicht konntest.